Hallo, der kleine Fruchtzwerg und diese Riesenratte, also der Fruchtzwerg, wahrscheinlich hat er seine Paypal-Seite aufgebaut, weil er Miete braucht, wa? Traurig, schon traurig. Ich glaube, der ist nicht erwachsen in seiner Birne. Traurig. Also wahrscheinlich die beiden sind nicht erwachsen. Traurig. Ein übersatten Piratenfenster draußen. Playboy 51 aus Berlin-Rheingorf. Weißt du, immer loyal. Immer übersatt vom Herzen aus und so. Da kann man mal sehen, aber scheiß auf die beiden. Einfach nur auslachen. Traurig, aber wahr. Und weil geht die Post auf mein übersatten Fenster draußen. Weil wir wollen alle Spaß haben, uns nicht gegenseitig ärgern. Und wir lassen uns nicht ärgern, weil wir die Schlauchsten sind. So. Nachts zwar flitzen sie, aber am Tag sowieso alle sind ehne. Schönen lieben Rüst vor Playoff-Tümern. Koftrung goldzahn. So. Ich bin der Playboy, der übersatte Renner. So. Lasst euch euch jägern. Ne Rest. Alla, dude. Pace. Vom Herzen aus. I love yous. Yeah.